Der Strand ist nicht zum Liegen da. In diesem Sinne hat die AOK Nordost die beliebten AOK Beach-Tage in Warnemünde etabliert. Sonne, Sand und Meer, ist das nicht eine Einladung, sich zu bewegen, zu spielen und Sport zu machen? Natürlich, sagte die Gesundheitskasse und konzipierte ein buntes, zweitägiges Programm für Jung und Alt. In einer lockeren, entspannten und verspielten Atmosphäre kamen alle Badegäste auf ihre Kosten. Natürlich kostenlos. Also wir sind sehr, sehr zufrieden und ich denke mal, es ist wirklich eine feste Größe hier in Warnemünde geworden. Wir sind also nicht nur Namensgeber für den AOK Active Beach, sondern wir machen auch viele Aktionen dann hier an diesen beiden Tagen. Strandfußball für die kleinen Jungen. Eine feste Größe bei den AOK Beach-Tagen. Doch auch für die großen Jungen gibt es hier immer etwas Spannendes. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Trommeln? Apropos, bei den nativen Völkern war dies schon immer eine Männersache. Die Gesundheitskasse jedoch wollte die Herren der Schöpfung nicht in die Uhrzeit versetzen. Stattdessen gab es Drums Alive. Und hier geht es einfach mal darum, dass man den Stress raustrommeln kann. Man bewegt sich zur Musik und das Ganze erfolgt eben entsprechend mit Anleitung, aber auch ganz einfach mal frei, ohne dass man da viel zu sagen muss. Und das Schöne dabei ist, es ist für Jung und Alt, es ist für Groß und Klein, für jedermann. Für jene, die in Sachen Sport keine halben Sachen machen, hatte die AOK Nordost eine ernsthafte Mutprobe parat. Auf Einladung der Gesundheitskasse kamen zu den Beach-Tagen die Volleyball-Damen vom Schwerener SC vorbei. Wer sich traute, die Kräfte mit den deutschen Meisterinnen zu messen, war am Netz herzlich willkommen. Als Sportbotschafter der AOK Nordost unterstützt der Verein immer gerne solche Gesundheitsinitiativen wie die Beach-Tage in Warnemünde. Wir wollen den Leuten halt zeigen, dass es wichtig ist, sich zu bewegen, dass Sport eben nicht Mord ist, dass es auch gut tun kann. Und wir fühlen uns vielleicht auch ein bisschen in der Pflicht, den Leuten zu beweisen, sind her, wir machen Sport, uns geht's gut und wir wollen euch motivieren. Wenn gesund, dann aber richtig. Selbst die Musik bei den AOK Beach-Tagen durfte nicht sozusagen aus der Konserve sein. Etwas Jive und Zwing, eine perfekte Zutat mit Sonne, Meer und heißem Sand zu einem perfekten Gesundheitscocktail vermengt. Denn der Strand war an diesem Wochenende definitiv nicht nur zum Liegen da. Und jetzt nicht nur zum Liegen da.